Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutala und heute bin ich mal nicht für euch in World of Warcraft unterwegs, sondern wieder auf einer Webseite, die um das WoW-Universum sich dreht. Dieses Mal auf Simple Armory, das hatte ich ja beim ersten Teil schon ein bisschen angekündigt. Ja, und das ist auch wieder eine Webseite, die sich ums Sammeln von diversen Dingen in WoW dreht. Hier aber keine Ranking-Seite, so wie Data for Azeroth, sondern eher eine Seite, die euch das Armory, das ja von Blizzard an sich ist, ein bisschen hübscher aufbereitet und euch ein bisschen besser die Sachen anzeigt und euch auch vielleicht ein bisschen zeigt, wo ihr was sammeln könnt und was euch noch fehlt. Und ja, ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir gehen jetzt mal aus dem Vollbild-Modus raus. Die Seite schimpft sich hier Simple Armory. Ich werde es euch wieder verlinken. Solltet ihr es vergessen, könnt ihr aber auch so die Seite finden und schimpft mich dann einfach, dann packe ich es noch in die Infobox rein. Was ist das Erste, was wir bei Simple Armory machen können? Und zwar, wenn wir jetzt hier mal draufdrücken, sieht das bei euch wahrscheinlich dann so aus, wenn ihr quasi die Simple Armory betretet. Hier könnt ihr auch einmal euren Ream auswählen und euren Charakter und dann könnt ihr eigentlich losstarten. Das überspringen wir jetzt hier. Habe ich schon gemacht. Hier haben wir den Täler. Und ich kann auch den Dark-Mode reinmachen. Ah, das ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Warum habe ich den hier reingemacht? Keine Ahnung. Ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr auf der Seite, weil ich eigentlich soweit alles gesammelt hatte, was hier angezeigt wird. Obwohl, ich finde doch den weißen fast besser. Ah, naja, egal. Wir bleiben mal beim weißen Modus. Dann sieht man es ein bisschen besser. Was kriegen wir hier angezeigt? Und zwar haben wir als erstes bei Overview die Achievements. Und hier seht ihr eigentlich schon, wie auf der normalen Armory, beziehungsweise Ingame, wo ihr, wie weit bei welchem Achievements seid. Jetzt nichts Spezielles. Ich hätte das Video vor zwei Monaten machen sollen, da wäre hier überall 100% gestanden. Ich bin ein bisschen posen können. Mittlerweile sind ja die BFI Achievements schon drin und dementsprechend, da es noch nicht live ist, habe ich die leider nicht. Aber hier seht ihr, wie weit ihr mit den gewissen Sachen seid. Ich bin jetzt hier bei 93% Overall. Und jetzt können wir aber in die einzelnen Tabs reinspringen und können zum Beispiel hier bei Charakter reinspringen. Dann sehen wir die ganzen Charakter-Achievements und ich sehe hier gleich, okay, hier fehlt mir noch das Level 60er Achievement oder hier fehlt mir noch das Achievement für einen Item-Level auf jedem Slot von 158. Das kann man ja auch erst in Shadowlands machen. Oder hier Item-Level 183, genau. Und ich kann aber auch hier wieder draufklicken und es öffnet sich dann direkt das Achievement in WoW-Head und ich kann dann in den Comments oder hier nachlesen, was zu tun ist. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Gut, bei dem Achievement, dass ich jetzt einfach ein Item-Level erreichen muss, ist selbstverständlich, aber das geht auch bei allen anderen, wo man vielleicht ein bisschen was Komplexeres machen muss. Und so kann ich mich halt durchklicken, kann jetzt auch sagen, hier bei Quests und kann mir hier die Sachen anschauen. Und so ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ein bisschen übersichtlicher. Was fehlt mir noch? Wo fehlt mir das Ganze noch? Und ja, das geht übrigens nicht nur mit Achievements, sondern mit allen anderen Sachen, die ihr auch sammeln könnt. Aber da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, hier fehlen mir noch einige Sachen in Shadowlands, die ganzen Zonen und so durchquesten. Und wenn ich jetzt hier runter scroll, ist das halt immer eingeteilt in Legion, in Draenor, in Pandaria, Kataklysm, Norton und so weiter. Da kann ich dann schön sehen, wo was ist. Haben auch alle schöne Symbole, dass man das dann ein bisschen unterteilen kann. Da kann man sich dann vielleicht ein bisschen einen Faden machen, wo man sich ranhangelt und was man als nächstes angehen möchte. Zum Beispiel haben wir dann hier auch das Nächste, das Erkunden. Da können wir uns dann auch nochmal alles anschauen. Hier fehlen mir natürlich auch nur die Shadowlands-Sachen. Dann PvP. Da sieht es dann halt wieder ähnlich aus. Hier unten ist dann Shadowlands und dann Conquest. Ah, es gibt ein scheinendes Achievement, wo man wieder 5000 von den Conquest-Punkten sammeln muss. Interessant. Genau. Und so geht es dann halt weiter. Wir haben dann halt Dungeons und Raids. Und dort haben wir dann halt auch wieder eine Aufteilung von den einzelnen Dungeons. Also hier zum Beispiel in BFH sieht man, man hat hier Uldir, dann Dazaralor, Eternal Palace, Nihalothar. Finde ich alles ganz schön gemacht. Dann hat man das ein bisschen übersichtlicher. Wenn ihr jetzt in der WoW-Armory schauen würdet, dann hättet ihr halt eine lange Liste. Und wenn ihr jetzt von dem einen Dungeon schon was gemacht habt, von dem anderen schon was gemacht habt, dann ist das halt alles ein bisschen kuddelmuddel. Und hier ist es einfach ein bisschen schöner und wie die Seite schon heißt, simpler aufgebaut, wie es in der Blizzard-Armory ist. Ich würde mir teilweise wünschen, dass Blizzard hier ein bisschen was übernimmt von der ganzen Geschichte. So, wir können ein bisschen weiter durchklicken. Wir haben dann hier noch Professions. Auch hier wird es dann halt nach den verschiedenen Berufen aufgeteilt und innerhalb der Berufe dann wieder nach Expansions beziehungsweise hier auch nach den verschiedenen Rassen einmal aufgeteilt. Haben wir dann noch Reputations haben wir hier noch drin. Auch wieder einmal schön aufgeteilt, einfach mit den Symbolchen. Dann haben wir noch World Events. Gibt es gar keine neuen mit Shadowlands. Finde ich ein bisschen schade. Dann haben wir Pet Battle hier drin. Und oben habt ihr übrigens auch immer eine Leiste, wie viel Prozent ihr von dem Einzelnen habt. Zum Beispiel hier fehlt mir nur ein einziges Achievement und das ist das Shadowlands-Meta-Achievement für die ganzen Pets. Und hier gibt es ein Laserpoint, also man sieht auch die Rewards. Und hier zum Beispiel ist es praktisch, wenn ihr gleich hier nachschaut, zack, gehe ich auf WoW Head rüber und kann mir dann halt auch gleich hier die Belohnung anschauen zum Beispiel. Also das sind halt, weil es die beiden Seiten halt schön miteinander verknüpft. Übrigens, WoW Head, schauen wir uns auch noch im Detail an, kann ich mir halt schnell was nachschauen. Das habe ich halt im Spiel nicht, beziehungsweise auf der Blizzard-Seite habe ich halt die schnelle Möglichkeiten nicht. Alles, was ihr hier seht, könnt ihr aber auch in der Armory nachgucken. Das geht natürlich auch, finde ich aber nicht so schnell aufbereitet. Dann haben wir Collectibles noch, Expansion Features und hier sieht man auch mal ganz schön, zu wem was gehört. Oft ist es so, wenn ihr in WoW reingeht, ist alles unter einem Reiter und hier habt ihr es halt schön aufgeteilt, weil ich kenne mich hier zum Beispiel mit den neuen Systemen, mit den Covenant-Geschichten noch nicht auf und hier sehe ich, okay, Conduit sind die vier Geschichten, dann irgendwas mit der Queen, sind die paar Geschichten, also da habe ich es ein bisschen schöner aufgeteilt, wo man ja dann gleich schon mal ein bisschen zeigt, okay, in welcherlei Hinsicht muss ich dann was machen. Was haben wir dann noch? Legacy. Ah ja, okay, das sind die Heldentaten quasi, die man nicht mehr kriegen kann und das Letzte sind die Heldentaten, die man, glaube ich, aktuell sich noch holen kann. Ich habe eben noch nie so ganz den Unterschied verstanden zwischen Feast of Strength und Legacy, es sind eigentlich beides Heldentaten, aber wobei, da kann man sich, glaube ich, auch nicht mehr alles holen, ne, die Arena achieve uns auch nicht. Auf jeden Fall sind beides Heldentaten, es wird irgendwie im Spiel unterschieden, ich, kommt mir auch noch so keinen genauen Reim drauf an. Also genau diese Sachen haben wir hier drin und jetzt wird es aber interessant, was wir noch haben, sind nämlich weitere Tabs. Das habe ich zum Beispiel auch relativ ausführlich genutzt, die Achievements jetzt gar nicht so sehr, sind die Mounts, ne, und hier seht ihr, haben wir auch wieder einen Counter, Mounts haben sie noch nicht geupdatet zu den, zu dem Shadowlands Stand. Hier habe ich noch 100%, also 560 von 560, das sind tatsächlich die, die ich mit dem Char hier kriegen kann. Man kann dann halt auch noch, ähm, quasi sein Hordenchar zum Beispiel angucken und da ein bisschen rumbasteln. Und hier haben wir auch eine schöne Aufteilung, bei den Mounts ist es ja eh so, dass wenn ihr noch relativ wenig habt, eine lange Liste habt und, ähm, im Game eigentlich nicht wirklich eine Aufteilung von den Expansions habt. Und wenn ihr da jetzt vielleicht noch anfangt zum Sammeln, könnt ihr euch hier sehr, sehr gut dran rumhangeln. Zum Beispiel, ähm, haben wir da die ganzen Mounts, die wir über Achievements bekommen, also über Collect-Achievements, wenn ihr 100 Mounts, 150, 200 Mounts und so weiter habt, haben wir hier oben. Dann, ähm, haben wir hier die ganzen Mounts von Battle for Azeroth. Seht ihr, die kriegt man über Achievements, die könnte man vom Vendor kaufen, die gibt's über Quests. Äh, dann hier von irgendwelchen Währungen, verbündeten Völkern, also ihr seht dann auch gleich ganz schön, okay, wo fehlt mir noch eins? Ah, okay, hier muss ich irgendwelche verbündeten Völker spielen, dann drück ich drauf, seh bei der WoW-Head-Kommentare, wo ich etwa hin muss. Das, für Mounts ist es wirklich eine schöne Sache. Die Achievements, okay, die kann man in Game, glaub ich, auch ganz gut sehen, aber für die Mounts ist es eine schöne Sache. Und dann zieht sich's halt hier durch, wir haben hier die, ähm, Legion Mounts, die Draenor Mounts, Mist of Pandaria, Cataclysm, Red of the Lich King, Baron Crusade, und übrigens, was ich auch gemacht hab, ähm, Mounts, die nicht mehr im Spiel sind, die werden euch hier nicht angezeigt, aber wenn ihr sie habt, dann, ähm, stehen sie doch dran, und zwar, bei mir müsste es eins von diesen, äh, Dings Mounts sein, ich, ne, welches müsste das sein, das man nicht mehr holen kann, ich glaub, das hier, das müsste ein, das müsste das Legacy Mounts sein, aus PDOK, wenn man 25 Tries Left hat, ähm, das wird hier tatsächlich angezeigt, und wenn ihr dann andere Spieler vergleichen wollt, ob die irgendwelche, so, ähm, ja, Mounts haben, die rausgepatcht sind, dann könnt ihr euch, äh, euren Tab, und den Tab von dem anderen Spieler, quasi, beides aufmachen, dann ein bisschen vergleichen, okay, hat der vielleicht irgendwo eins mehr, ähm, das vielleicht rausgepatcht worden sind, aber insgesamt werden die hier nicht angezeigt, also man kann hier quasi Liste auf vollendet bekommen, ohne dass man diese alten Mounts drin hat, also hier auch die alte Akku Drohne wird hier nicht angezeigt, außer wenn ihr sie habt, ne, das ist so ein bisschen, äh, fürs bessere Gefühl, würde ich jetzt mal behaupten, genau, und hier unten haben wir dann noch, ähm, die Rassenpferde, also von den verschiedenen Fraktionen, Profession, PvP ist auch noch drin, und ihr seht, ähm, hier wird quasi ein Gladiator-Mount angezeigt, aber wenn ihr die, wenn ihr andere Gladiator-Mounts nicht habt, dann werden die hier nicht angezeigt, zum Beispiel. Dann haben wir, ähm, World Events hier noch drin, dann Promotion, was ganz interessant ist, wenn man sich zum Beispiel irgendwelche TCG-Mounts kaufen will, oder holen will, ihr seht sowohl hier, äh, die Shop-Mounts, die von irgendwelchen, ähm, irgendwelchen speziellen, ähm, Aktionen von Blizzard, Blizzcon-Mounts, Collectors Edition, Recruiter Friend ist hier drin, diese Rolle der Auferstehung, dann die Geburtstags-Mount, und dann von den anderen Spielen, wo man sich noch Mounts holen konnte, beziehungsweise hier seht ihr die ganzen, äh, Trading-Card-Geschichten, warte mal, ich muss das jetzt mal, warte mal, klicken wir das mal kurz weg, ich zieh das mal ein bisschen rüber, ich seh grad, das ist ein bisschen blöd, wegen, äh, wegen meiner Cam-Geschichte, und hier unten auch, dann natürlich, äh, den Guild-Vendor, und die Mounts, die man aus dem Black Market kriegen kann, und das, äh, also dafür finde ich die Übersicht hier, sehr, sehr geeignet, dass man die ganzen Mounts raus tun kann, vor allem, manche von diesen Mounts, werden in-game tatsächlich nicht angezeigt, dass man sie sich noch holen kann, und die sieht man zum Beispiel dann hier über die Übersicht. Was haben wir dann noch, ähm, ähm, neben, jetzt machen wir es wieder auf Vollbild, neben dem haben wir noch Companions, das sind Pets, und zwar sind das die Pets, die man nicht durch Pet-Battle fangen kann, sondern es droppt von irgendeinem Boss in ein Haustier, das kann man lernen, und diese Pets sind das, und hier haben wir es auch wieder, wie in den anderen Tabs, ähm, hier haben wir die, was man über diese Achievements bekommt, die Pets ganz oben, und dann geht's halt hier los, ähm, in Battle for Azeroth über Achievements, über Quests, über Medaillen, über Vendor, Reputations, Rares, Schatzkisten, über die Pet-Charms, ne, wenn man sagt, okay, ich hab jetzt so und so viele Pet-Charms, welches Pet fehlt mir noch, ah, hier hab ich eins, es gibt ein paar Hidden-Händler, da hab ich übrigens zwar auch Videos gemacht, aber ihr könnt dann, okay, ich sag, ich hab jetzt dieses Hidden-Pet nicht, geht, klick drauf, ähm, kann dann auf WoW hat direkt halt gucken, ne, und das ist halt eine schöne, schnelle Angelegenheit, und dann geht's halt die ganzen Expansions durch, von Legion, Warlords of Draenor, Mist of Pandaria, Cataclysm, und so weiter, unten haben wir dann noch ein paar Welt-Event-Geschichten, von den ganzen, ähm, Festtagen, Professions haben wir drin, Pet-Battle-Dungeons, da gibt's ja mittlerweile auch einige, ähm, dann hier die ganzen, mit dem, mit der Leine durch den Schlagzug, sich schiefen und so weiter, und relativ weit unten, jetzt gehen wir wieder ein bisschen rüber, haben wir auch wieder Promotion-Sachen, und hier wird's wieder interessant, da fehlen mir tatsächlich auch noch welche, und da haben wir nämlich auch so Sachen drin, wie von Authenticator, von Blizzard Shop, Recruiter Friend haben wir hier drin, und auch die BlizzCon-Pads, und hier fehlt mir zum Beispiel noch eins, oder von diesem Turnier, was vor über 10 Jahren in Frankreich mal war, da wird mir zum Beispiel auch noch eins fehlen, und das finde ich ganz schön aufgedröselt, dass ihr wirklich eine gute Übersicht habt, okay, woher fehlt mir jetzt noch ein Pet? Dann können wir einmal nach oben gehen, dann gibt's dasselbe nochmal für Pet Battles, kann ich jetzt eigentlich nicht sonderlich viel mehr zu sagen, das ist halt das Gleiche, bloß, dass man diese Pads alle fangen kann, also heißt, ihr könnt wirklich rumgehen, dann läuft ein Pet rum, ihr fangt ein Pet Battle an, und tütet das halt ein, das sind halt diese Pads, und das wird halt auch hier wieder unterteilt, von den einzelnen Expansions, aber auch unterteilt zu den einzelnen Zonen, dann könnt ihr gucken, habe ich in der Zone schon alle? Okay, gehe ich zur nächsten Zone weiter, das ist halt auch eine praktische Angelegenheit, und dann haben wir, ich habe hier übrigens, muss ich sagen, ne, hier habe ich nicht 100%, aber bei den Pet Battle 4 habe ich zumindest 100%, okay, genug geflext, so, jetzt gehen wir in den letzten Tab hier, und zwar haben wir hier den Tab Toys, und wenn ihr auf den geht, wird der wahrscheinlich bei euch leer sein, so, wie kriegen wir jetzt die Toys rein, und warum ist der bei euch leer, und bei mir ist er nicht leer? Das liegt daran, dass die Blizzard IP tut es nicht unterstützen, dass Toys ausgelesen werden können, wenn ihr die Toys hier angezeigt haben wollt, und ich empfehle euch das, dann ladet ihr euch ein Addon runter, das heißt Simple Armory, das könnt ihr auch hier den Link direkt holen, oder ihr ladet es halt über irgendein Programm runter, wo ihr eure Addons runterladet, und wenn ihr das habt, gibt es einen Befehl, der heißt SA Toys, ja, und wenn ihr den SA Toys in-game eingibt, am besten mit dem Char, wo ihr halt das Ganze macht, dann kommt hier ein Haufen Nummern, und das sind die Item IDs von den Toys, die ihr habt, das kopiert ihr dann, geht wieder hier rein, kopiert, ach so, ich habe das nicht kopiert, verdammt, so, nochmal, also ihr kopiert das dann, so, jetzt habe ich es hoffentlich kopiert, geht dann hier rein, und spielt hier quasi die ganzen IDs ein, macht SAVE, und dann müssten euch, so wie bei mir, hier die ganzen Toys angezeigt werden, die ihr habt, ja, und hier ist es auch wieder so, es wird alles angezeigt, an Toys, die ihr habt, auch wieder schön aufgedröselt, in die verschiedenen Expansions, und die verschiedenen Unterkategorien, die ihr braucht, und dann habt ihr eigentlich eine schöne Auflistung, weil es gibt halt sehr, sehr viele Hidden Toys, warum auch immer Blizzard das macht, die Seite habe ich hier tatsächlich, hauptsächlich für Toys geused, weil ich die meisten Sachen mir vorher schon so rausgesucht habe, aber Toys ist echt eine beschissene Angelegenheit, weil sehr viele Toys sieht man nicht, solange man, ähm, die nicht selber hat, ja, also zum Beispiel alle Inji Toys, warum auch immer, alle Inji Toys sind Hidden Toys, erst wenn du sie hast, werden sie dir angezeigt, die werden dir nie als nicht, äh, als fehlend angezeigt, und das ist ein bisschen dumm, ne, und ihr seht, ähm, was ich es auch benutzt habe, ist um die, ähm, Trading Card, ähm, Toys mir zu holen, da fehlen mir jetzt leider zwar noch zwei Stück, die man leider nicht mehr kriegt, aber die anderen konnte ich mir dadurch ganz gut holen, hab da eine schöne Liste gehabt, und auch für viele andere, die Hidden waren, war das wirklich ein Segen, weil ich dadurch tatsächlich diese ganzen Toys mir holen konnte, genau, also da auf jeden Fall eine Empfehlung, für Toys lohnt sich das, holt euch dann auch dieses Simple Armory Add-on, das ist auf jeden Fall eine praktische Geschichte, und, ähm, was haben wir dann noch, dann haben wir noch einen Kalender, und ich hab mir erst gedacht, was ist dieser komische Kalender, soll ich da jetzt irgendwas eintragen, nein, dieser Kalender, also du kannst dir, glaube ich, auch irgendwelche Ziele hier setzen, das hab ich jetzt aber nie gemacht, aber, das Schöne ist, der Kalender zeigt dir an, wann du was gemacht hast, ne, zum Beispiel hab ich hier das Achievement gekriegt, das ich eingeloggt hab, am 16. Geburtstag, oder, ich hab hier diese ganzen Achievements gemacht, mit den Pet-lieben-Dinger, oder hier haben wir das, ähm, ja, Exciles Reach gemacht, und so weiter, also ihr seht hier, hier haben wir relativ, äh, schön aufgedröselt, wann ich was für ein Achievement gemacht hab, und du siehst auch, wenn du irgendein Toy bekommen hast, oder irgendwas anderes, das wird hier alles angezeigt, ne, ich glaub wohl Toy, also zumindest Mounds und Pets und so, das wird hier alles angezeigt, gut, bei mir ist jetzt hier in letzter Zeit nicht viel drin, weil ich da nicht viel gemacht hab, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter zurückgehen, da wo noch mehr Achievements offen waren, seht ihr, hier haben wir relativ viele Achievements dann geholt, und dann kann man wirklich Tag für Tag zurückverfolgen, was hab ich wann gemacht, wo war ich effektiv, seht ihr, hier ist anscheinend ein neuer Patch rausgekommen, da hab ich richtig abgeräumt, da hab ich richtig viele Achievements, erledigt teilweise, äh, über vier Stück am Tag, also da war das eine aktive Zeit, ja, dann kann man so ein bisschen gucken, wo hab ich was erreicht, ob man das braucht, sei mal hinne gestellt, aber sicher für den einen oder anderen, ist es auf jeden Fall recht interessant, man kann hier sehr weit zurückgehen, also ich speichere die Daten recht lange, wir sind jetzt schon im Jahr 2018, da könnt ihr wirklich schauen, wann hab ich was gemacht, das kann das Ganze auslesen, und ja, das ist doch eine schicke Sache, schau mal hier, 2016, äh, da war man richtig aktiv in dem Monat, September 2016, da hab ich bestimmt Urlaub, hier, schauen wir mal, wie weit das zurückgeht, ich hab das auch noch nie geguckt, tatsächlich, schauen wir mal, wann Feierabend ist, okay, 2013, das war auch eine richtig, schau mal da, richtig reingehustelt, schau's dir an, okay, also es geht ewig weit zurück, da könnt ihr theoretisch, wenn ihr nostalgisch seid, euch die Uraltsachen anschauen, schau mal hier, Ältere Allianz, ja, hier, 2011 hab ich den gemacht, da RBG haben wir gespielt, gut, okay, so viel dazu, achso, es zeigt euch sogar an, wie viele Punkte ihr gemacht habt, ne, an den einzelnen Tagen, interessant, okay, dann schauen wir uns noch, ähm, Reputations können wir uns noch angucken, das finde ich jetzt aber nicht so interessant, muss ich tatsächlich sagen, und zwar sieht man hier einfach den Ruf, den ihr euch ingame auch anzeigen könnt, hier vielleicht ein bisschen aufgehübscht dargestellt, aber, den hab ich jetzt hier ehrlich gesagt noch nie gebraucht, ich bin mit den Reputations überall, äh, soweit durch tatsächlich, ist nice to have, aber dafür nutze ich es nicht, hauptsächlich nutze ich es tatsächlich, oder hab es genutzt für die, ähm, für die, ähm, Toys, beziehungsweise Pets war es auch ganz praktisch, und die letzten Mounts, die vielleicht noch selten zu holen waren, okay, damit wären wir hier mit der Seite auch wieder durch, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Seite schon kanntet, oder ob ihr jetzt sagt, das ist auf jeden Fall eine Pflichtseite für mich, da werde ich jetzt mich öfter tummeln, und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch ein bisschen was empfehlen, welche Seiten ich noch, ähm, quasi mir näher anschauen soll, die ich euch vielleicht auch vorstellen kann, und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, euer Tila, bis dann, äh, ciao! Então, äh,